Hallo, hier ist Vronghub. Wir sind eine multinationale Kooperation, die spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie mit über 15 Jahren Erfahrung. Für alle, die Ihre Restaurants brauchen, in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt. 16. Dezember 2019. Manche sagen, das Leben sei fad und langweilig. In der Tat. Sonst wird die Stimmung des Lebens von einem selbst ausgegeben. Und das Ritual des Lebens ist eine Erfahrung der Liebe zum Leben. Es ist wie diese gegossene, gewölbte Wurzelsteakpfanne. Was ist der Unterschied zwischen dem Steak, das Sie gebraten haben, und dem Steak, das aus einem westlichen Restaurant kommt? Branded Marx. Kann das für Sie beantworten. Die Oberfläche eines Steaks in einem westlichen Restaurant weist Schlieren auf, die in Kombination mit der Präsentation den Wert eines Steaks um ein Vielfaches erhöhen. Die interstitiellen Markierungen sind das Ergebnis der konvexen Wurzel. Mit dieser konvexen Wurzelbratpfanne können Sie zu Hause ein anspruchsvolles Ritual durchführen. Zusätzlich zu Ihrer Fähigkeit, Streifen auf dem Fleisch zu hinterlassen und ästhetisch ansprechend zu sein, haben diese konvexen Wurzeln weitere Eigenschaften, die Ölverschmutzungen und Antiglace verhindern. Die konkaven und konvexen Schichten können einen direkten Kontakt zwischen den Lebensmitteln und dem Pfannenboden vermeiden. Und durch den dicken Boden und die dünne Wand wird die Temperatur des Feuers auf den Pfannenboden übertragen und dann auf die Lebensmittel zurückgeführt. Was ein Anbrennen effektiv verhindern kann. Bessere Temperaturkontrolle und einfacheres Kochen. Was die Wärmeleitfähigkeit von Gusseisenpfannen betrifft. So dauert es tatsächlich nicht lange, eine Gusseisenpfanne vorzuheizen. Da Eisen in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit innerhalb der Metalle an der Spitze steht. Machen Sie sich also keine Sorgen, dass die gusseisernen Pfannen viele Ressourcen verbrauchen. Die gusseiserne Bratpfanne von Cast Flavor profitiert von einem einzigartigen, nicht traditionellen Verfahren, das sie einmalig macht. Im Inneren der Pfanne befinden sich viele kleine Spalten, die das Öl besser aufnehmen, um einen Antihaft-Effekt zu erzielen. Während Sie gleichzeitig Energie speichern und eine mittlere Wärmeleistung bei geringer Hitze erreichen können. Sternchen anbraten von Stegs. Leichtes Wenden ohne Anhaften in der Pfanne und gleichmäßige Erhitzung. Die Oberfläche ist verkohlt und das Innere ist saftig. Auch mit einer konvexen Wurzelbratpfanne wird das Steak maximiert und leicht erreicht. Es ist schön und lecker zugleich. Das einteilige Gussverfahren verfügt über eine dichte innere Molekularstruktur, wodurch die Lebensdauer verlängert wird und man sich keine Sorgen um Brüche durch die Gelenkstruktur machen muss. Verwenden Sie zuletzt Handschuhe, da sich die Eisenpfanne schnell erhitzt. Diese konvexe Wurzelbratpfanne gibt es in zwei Größen. 26 cm eckige Bratpfanne und 26 cm runde Bratpfanne mit mehr ausreichender Bratfläche. Sie haben die Wahl. Nicht nur das Braten von Stegs, sondern auch das Braten von Fisch- und Hähnchenstegs und Flügeln ist sehr gut. All diese Unebenheiten verleihen dem Essen Schönheit und Geschmack. Und es ist weniger wahrscheinlich, dass die Fischhaut an der Pfanne kleben bleibt. Wenn man mit einer konvexen Wurzelpfanne wie dieser kocht, ist das Leben natürlich lecker und erschwinglich Tilde. Wenn ihr interessiert in unsere Videos, remember to follow uns. Ranggub, mehr als 4,500 Restaurant Choice. Wir werden Sie immer beherrschen. Bis zum nächsten Mal.